Wer bist du eigentlich? Du bist doch die... Sie ist sehr fein gekleidet. Ja, genau du. Nicht so schrubsig wie die anderen hier. Ich glotze nicht. Die trinkt alle unter den Tisch. Nichts gar nicht. Das ist so plumpier. Aber ja. Okay, die ist nicht sehr freundlich. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich was gesagt habe. Hätte ich vielleicht liebevoller sein müssen? Abgeschlossen? Uiuiui. Gut, dann müssen wir jetzt wohl mit Fitzroy sprechen, ne? Oder hast du noch was? Äh, warte mal. Okay, die sind mal, die sind mal. Die sind mal schön. Aber ich glaube, da gibt's noch mal irgendwas, ne? Können wir einen Drink bestellen? Ich trinke. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege. And I grant the privilege to whoever I want. Anything else? That'll be all for now. Weil der vor uns hingerotzt hat, kriegen wir ja nichts zu trinken. Schweinerei. So, was ist hier? Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. Okay, ich dachte, das war ein großer, berühmter Industrieller hier. Aber vielleicht können wir mit ihm kurz nochmal reden. Charles Hawkins hat dir viel Geld verdient. Wissen Sie, ob er Probleme hatte? Ich weiß nicht, die Details und das ist nicht mein Geschäft. Geld oder nicht, er war immer willkommen in meinem Bar. Aber Hawkins' Familie war immer sehr viel auf der Isle. Okay. Können wir noch mit einem anderen sprechen, der uns was dazu erzählt? Nee, ne? Habt ihr noch was zu sagen? Warte mal. Ja, 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 nee, die haben nichts zu sagen. So long. Und sie quatscht uns nicht mehr an. Okay. Gut, dann... Gehen wir mal zu Fitzroy. Ist heimelig hier, ne? Okay, bevor ich mit dir quatsche, versuche ich mir mal alles anzugucken. Hier, was ist hier? Hier ist das Locus. Oder der. Fishing Equipment. Hm. Could do with some rust remover. Mhm, mhm, mhm. A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Nochmal Medizin? Aber Band 2. Kriegen wir da vielleicht irgendwas? Medizinfortschritt? Was kriegen wir denn da? Oder ist das... Ach so, die Fähigkeit Medizinkunden und Okkultismus können nur durch das Entdecken von Objekten in der Umgebung verbessert werden. Ach so. Aber ich konnte beim ersten Mal dort noch ein paar Sachen upgraden. Ich verstehe. Ah. Nee, bei uns nicht. Zum Glück. Wobei aber eben halt sehr wohl die Stöhner und die euphorischen Rufe. Wie kann man das denn bitte so verfalten lassen? Hier arbeitet doch keiner gerne, oder? Oder ist es gut? Mit dem Wind. Kapitän, die Abmachung ist klar. Halt deine Leute im Zaum. Du kannst es dir nicht leisten, uns zu provozieren. Du musst nicht antworten. Gib dem Übringer einfach deine Zahlung. Kat. Wir tröpfelst runter. Ich komm gleich zu dir. Ich guck mich bloß um. Der Leuchtturm leuchtet? Ah, okay. Okay. So, mein Lieber. Das ist super. Ähm, ja. Ach so, hier. Der Rest ist geschwärzt, ja? Nur noch wenige Daten sind lesbar 1890, 1907 und ein Teil eines anderen Datums. Der Rest des Dokuments wurde geschwärzt. Warum würde jemand diese Information verbergen wollen? Ähm, das mit den Feiern ist ja kein Problem. Ähm, was ich aber zum Beispiel, was war es denn, war es gestern oder so, in Bayern da gesehen habe? Oder allgemein das Stadion mit 50.000 Leuten ohne Maske? Ich weiß nicht, ob das so gut ist und ob das so gut ist und ob das so gut ist für die UEFA an sich. Ja. Huch. Ach so. Wo geht er jetzt hin? Ich komm gleich wieder. Ich guck mich bloß mal um bei dir hier, ne? Genau, wir werden es in zwei Wochen sehen. Och, so eine grüne Kerze hier. Auf diesem Foto posiert ein Mann, der Kapitän Fitzroy ähnlich sieht. Auf der Brücke eines Schiffs, er hat ein Holzbein. Das ist der Vorfahre wahrscheinlich. Oh, guck mal. Das ist natürlich krass, das ist aber auch höllisch gefährlich hier, ne? Da stimme ich dir zu, Katalina. Wie gesagt, das ist unverantwortlich in der aktuellen Situation, dass nicht mal Maskenpflicht eingehalten wird. Und, was habe ich noch gesehen? Da gibt es, ich sag mal, sehr rechtslastige Gruppierungen in Ungarn, die von der UEFA überwacht, beziehungsweise kontrolliert wird, die normalerweise auch nicht ins Stadion darf. Und die haben on block, einen kompletten schwarzen Blockbereich im Stadion gehabt. Also, da wird noch, das eine oder andere wird noch interessant werden, die Tage. Ich glaube, das wird vielleicht nicht so ein schönes Fußballspiel, wie alle sicher hoffen. Sondern wird sehr viel Nebenbeiwerk sein. Was das überschattet. So, mein Freund. So, ähm, fangen wir mal an. Ja, ich denke mal, also... Das Ding kommt, äh, als Volley noch in hoher Form an die UEFA zurück. Ich weiß, dass Charles Hawkins wurde von einem Familie von Schiff-Wohnen, und die Islander Fischindustrie war nicht zu schwer. Indeed. Wir specialisieren in Wailing. Aber no Wailers kamen nach dem Wailen nach dem Wailen nach dem Wailen nach der Wailen nach 1847. So, woher die Hawkins-Familie geteilt hat? Well, von dem was Charles inherited, ich presume. Hmm, er hatte also andere Aufträge, aber er hat es doch noch miterlebt, so lange ist er dann noch gar nicht tot. Das auch katalogisch. Das Kleine oder das Große? Ja, äh, lügen, ich habe keinen blassen Schimmer. Ist das ein Spiel für sie? Na, wir wissen ja, wer es ist, aber warum sollte ich lügen? Das war's. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, Captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. I examined its wounds. I know of no creature able to cause them. And I took you for a detective. Believe me when I say that these wounds are significant. Come, come. You've only just arrived on Darkwater, and already you think like a sailor. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters. You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Wer hat er recht? I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbormaster's office. But I prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That scheister wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that. But she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Das ist sie aus der Kneipe, die wir gesehen haben, ne? The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailors' return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. Okay, also bis jetzt ist ja alles hier friedlich, ne? Einen Weg in Lagerhaus 36 finden. Ach, guck mal, die machen jetzt gerade den Weg frei. Hier drüben können wir auch hin. Aber ich glaube, der direkte Weg ist doof. Oder? Wo geht ihr jetzt da hin? Die gehen jetzt hier in die Ecke. Und setzen sich hier ans Licht. Synchron vor allem. Oh, das tut mir leid. Okay. Guck mal, den Wal haben sie schon ein bisschen bewegt. Gekriegt hier. Ich würde das lassen, Leute. Ich gucke mir doch mal den Wal an hier. Das ist aber ein sehr sprungfreudig. Also, das ist ja Wahnsinn. Wo ist denn jetzt? Wir gucken uns mal hier erst mal um, ja? Wir müssen ja wissen, womit wir was zu tun haben. Hier ist die Tür. Oh. There. Hat keiner gesehen. Eine Schnapsflasche. Ein Hauptgegenstand. Okay. Wollen wir ein bisschen Fragezeichen? Ist hier noch irgendwas versteckt? Oder so? Nö, ne? Ich mache mal die Tür wieder zu. So. Kann ich das? Genau. Was haben wir jetzt bekommen? I? Nee, gibt's nicht. J. Inventar. Wir haben eine Flasche. Diese Flasche ist Teil einer Ladung, die von Cat, der Anführung der Schmugglerbande, gestohlen wurde. Die perfekte Möglichkeit, die Wache am Eingang des Lagerhauses unter Druck zu setzen. Okay. Okay. Haben wir auch wieder was vorweggenommen? Story-seitig. So, hier ist nichts. Das ist ein bisschen bekritzelt hier. Und überall diese grünlichen Lampen. Warum? Also, es ist sehr heimelig. Also, es ist wirklich ein Ort, wo ich gerne nicht Urlaub machen würde. Was haben wir hier hinten? Können wir hier hoch? Nee, können wir nicht. Wer bist du denn? Keiner. Der Höf, ja. Was? 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 Respekt. 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 Your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait. Now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Darkwater? Um, what about? Two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it cat who's shaking down, Captain Fitzroy? Hold on, hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Okay. Es ist ein sehr, sehr niedriges Thema hier. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Feculier house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Aber das ist doch Ewigkeiten her, oder habe ich ein Problem gerade mit der Zeitschiene? I've taken enough of your time. We'll see you later. Irgendwie kriege ich das gerade nicht so richtig auf die Rolle. I bet that you hit them some. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout it to Cap while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Was Ewigkeiten hier ist. Es war 1928 beim Anfang des Spiels. 1847 ist der letzte Walfang, hat der stattgefunden hier in dem Spiel. Und die erzählen immer, als ob sie seit ein, zwei, drei Jahren hier eben halt keine Arbeit mehr haben. Die haben seit fast 50 Jahren keine Arbeit mehr. Das ist das Problem, was ich gerade habe. Ist jetzt nichts Dramatisches, aber... Hi. Hallo. Ähm... Ähm... So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking the questions here, the cop or the tourist? What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas. And the accident is affected him badly. He can be unpredictable. Especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Okay. I told you to beat it. No need to get worked up. Okay, an dem kommen wir jetzt nicht vorbei. Okay. Wir können ja mal mit denen hier direkt reden. Ja, ja. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. No, we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. I went to see the statue of St. Brendan. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors. Who else, in your opinion? And who's interested? Cat. She's your boss. What? You listen through keyholes. She's the boss. Yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile of the last one who wanted to get in. I hope you had a good dentist. No, no, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with a left cheek. She sounds frightening, your boss. And she doesn't like to be talked about behind her back. Vielleicht sollten wir mit dir reden. Lügen will ich hier nicht. Ich habe keine Ahnung, was das für Auswirkungen hat. Außerdem will ich noch auf die andere Seite von dem Weg gucken. Da, wo vorher zu war. Wo wir auch nicht durchkamen. Da kommen wir nicht durch, okay. Oh, hallo. We saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her? Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, knows around too much, you'll have dealings with her. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. If you want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave. Okay, es ist sehr investigativ. Hier haben wir nichts weiter. Wir sollten vielleicht mit der Kat nochmal sprechen, aber ich befürchte, sie wird nichts... Sie wird nichts sagen. Hier, ähm, das ist hier 1919, ne, da haben wir ja über die Prohibitionen gesprochen. 1847 ist der Wal. Warte mal. Ist das hier noch? Wo ist denn der Zettel? Mit da, ach da hinten. Ähm, da ist 1847, da wurde der Wal gefangen. Und das war der letzte Walfang. Und danach, äh, gab's hier keinen Walfang mehr. So, das heißt, wir haben mindestens, wenn nicht sogar mehr, eben halt mehr als 50 Jahre, wo die hier eigentlich keinen Job mehr haben. Okay, der erzählt nichts weiter. Äh, wo war sie? Da hinten. Oh, sie hat Besuch. Okay, mit ihr können wir nicht weitersprechen. Hat er noch was? Okay, da ist nichts weiter. Dann gehen wir jetzt noch zu Fitzroy. Und ansonsten mal gucken, wie wir da rumkommen. Der wartet ja hier oben auf uns. Ja. Was kann ich für Sie? Das war's. Läggers don't want anyone hanging around the warehouses. They're part of the private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses are more or less interconnected by old sewers. You mean that there's a way to go from one to the other by tunnel? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on the island. But I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them, if you're not the claustrophobic type. Mhm. Es gibt also eine Verbindung zwischen den... Haben wir hier sowas wie eine Karte? Nee, haben wir nicht. Eine Verbindung zwischen den Lagerhäusern. Aber mit ihm können wir nichts machen. Hier können wir uns bloß reinlügen. Oh. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two so bad. Yeah. Euh, hier. Attends. I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims. And I'd advise you against snitching. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. We quetschelt sie durch, nee. What's with you, Wand? So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site. And we let no one enter her property. I bid you gentlemen farewell. Okay, wir brauchen erst einen anderen Eingang. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Da ist kein anderer Weg. Wisst ihr einen anderen Weg? Mal gucken. Ah, well, look who's back. Did you miss us? Ah. Alkohol. Alkohol. Den guten Stoff. Kein Entzug für Darkwater. Okay, wir sind drin. Wir sind drin. Ich guck mich kurz um. Sieht alles gut aus. Okay, die haben jetzt gerade eine Diskussion mit dem. Hier kommen wir nicht hoch. Die ist kaputt. Kann man hier wieder zumachen? Ach, guck mal. Aha. Let's see. Hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Wer bist du? Achso. Nichts sagen? Lassen sie mich durch? Ich hatte keine Ahnung. Oh. Oh. Has the cat got your tongue? You've come for a fight. What I've got to say won't change a thing. You're a quick learner. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules. I punish them. Is your name Kat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. Das tat weh. Das tat weh. Okay. Gut. Ja. Also das tat ein bisschen weh. So. Sind die hier noch am quatschen? Ah ne. Das ist wieder zu. Ah. Du. Ihr habt es aber nicht geklappen. Nee. Kann ich nicht mitnehmen. Der saß vorher auch schon? Ja. Es gibt aber eine Verbindung untereinander. Es muss eine Verbindung untereinander geben. Okay.